Hallo und Weidmannsheil, ich bin der Kim, Redakteur beim Jäger Magazin und heute möchte ich euch einen spannenden Praxistipp vorstellen. Und zwar haben wir von einem Leser den Hinweis bekommen, der sehr viele Weidezäune, Stacheldrahtlitzen in seinem Revier hat, dass es dort eine praktische Lösung gibt, um sich davor zu schützen und finde ich auch sehr pfiffig. Habe ich auch schon getestet an zwei, drei Stellen, spart viel Geld und zerreißt die Jagdausrüstung nicht. Material, was brauchen wir dazu? Eigentlich nur ein kurzes Stück dieses Isolierschlauchs und eben passenden Kabelbinder, scharfes Messer und dann kann es eigentlich schon losgehen. Das ganze Stück auf Länge abschneiden, im oberen Bereich fixieren und natürlich nach ein bis zwei Jahren Nutzung auch darauf achten, dass nichts im Revier zurückbleibt. Ich wünsche euch viel Spaß, ist auf jeden Fall ein cleverer Tipp, probiert es aus und breit mal Zeit.